hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge youtubers live das video ist gerade noch am hochladen ich gucke mal ob wir es schaffen heute noch ins kino zu gehen um mal ein paar kontakte noch mal zu knüpfen durch das ticket jetzt gekauft das ist ja schon heute ich glaube jetzt wird unser pc wieder besetzt unsere freundschaft ist vorbei und halten wir uns mal geht ja nicht der pc ist besetzt ich glaube wir hatten am anfang die wahl oder ich hatte die wahl dass ich sagen konnte du darfst nicht am pc ich bereue eine entscheidung jetzt der 23 war zu spät fürs kino dann schreiben wir das war jetzt glaube ich nicht aber vielleicht kriegen wir zwei freunde hin bevor wir schlafen gehen müssen auch gleich müde werden ich würde uns der auftrag geben 210 das ist natürlich viel geld der anfang einer guten freundschaft genau so eine freundschaft wie mit brock sieht er uns jetzt wieder als freund ja perfekt 32.000 erfahrung scheint nicht viel zu sein jetzt brauchen wir vier neue freunde so wir haben 6700 abonnenten da ist ordentlich was dazu kommt bei dem video jetzt alleine schon 2000 ach ja doch 2000 abonnenten ich habe gerade überlegen 2000 klang erst mal so viel aber bei dem spiel geht das ja ja das werden wir jetzt nicht schaffen so dann sollten wir vielleicht noch mal wenn das schon bei 20.000 aufrufen ist daraus eine plattform machen program nein nein ich möchte videos aufnehmen ja gut dann frei auch sonst nicht halt nicht noch mal nein ich kann mich nicht unterhalten auch wenn ich gerne möchte weil obwohl unser handy kann das anscheinend nicht vielleicht wenn wir neues handy hätten geht's hätten auch am handy könnten vielleicht darüber nachdenken ja müsste alles stimmen ja was ist das denn ein shooter glück anstatt skill kennt glaube ich jeder der mal einen shooter gespielt hat dass man ab und zu auch einfach mal spiele gewinnt oder kills kriegt nur durch glück lade spiel machen wir jetzt mal tanzende begrüßung ladebildschirm was gibt uns viele punkte lucia kommentar du hast eine einfache aufgabe bewältigt konstruktive kritik interaktiver ladebildschirm nehmen wir den mit fünf punkten weil wir haben danach noch genügend so wir brauchen noch einmal video ist das vielleicht script schauspielerei musik und video so die viel ja und das schneiden so was haben wir jetzt wenig oh nein das pc ist kaputt ich höre schon den funken flug ok ergebnis ist ein bisschen runter gegangen spiel ist immer noch aktuell interesse ist zurückgegangen reparieren haben wir das auch lade ein gameplay video hoch ok dann zählt das vielleicht erst wenn das hochgeladen ist einmal neues level neue karten nachteule freigeschaltet sieht man hier nicht was das ist doch da er braucht schon schlaf dein schlafbalken sinkt langsamer ok das ist natürlich gut so video lädt hoch dann gehen wir doch mal arbeiten gehen wir autos waschen gut chatten spiel fehlt uns noch ein bisschen was den freunden das das dauert noch wir haben jetzt den märz gleich rum das heißt gleich werden die 80 dollar fällig ich würde ganz gerne ok doch das würde ich sehen durchschnittlich 74 dollar im monat kann man hier vielleicht moment kann man die anklicken aber wir sind wofür stehen jetzt die 12 und wofür steht ach das ist das level oder wenn oben bei mir eine 8 steht dann laden wir doch mal die und ein der macht auch gaming vielleicht können wir mit dem was zusammen drehen so übers kochen reden wir leben übers business oh das ist natürlich äh ja gut aber realität geht vor oder halt schule geht vor was machst du da na lassen wir den vielleicht mal lädt er ein video für uns hoch so kaufe ein spiel vielleicht noch mal arbeiten gehen noch mal schuhe putzen ja wir gehen noch mal schuhe putzen dann gehen wir schlafen brauchen wir neue kontakte bin ich gerade am überlegen also was bringt uns ein kino ja im zimmer wird zu langsam voll so eine person weniger ach komm dann gehen wir mal ins kino ja das passt wir sind zwar extrem müde im kino sieht ja keiner wenn wir schlafen so jetzt sind wir hier im vorderraum da waren wir wir waren ja schon mal auf einem event jetzt können wir halt Leute ansprechen warte mal können wir erstmal Fotos machen für die Presse posieren so das haben wir ja brauchen wir neue Kontakte wir haben eigentlich viele sind hier dann irgendwelche Stars kann man das erkennen über Videospiele reden okay Entschuldigung über Musik ne mit dir möchte ich da nicht weiterreden wenn du nicht mit mir reden möchtest du interessierst dich nicht für Musik kochen vielleicht auch nicht Geld hä hä anscheinend kennt die mich hm okay ausgehen geht aber über Geld reden nicht aber die Kantons hatte ich das Gefühl weil die wusste dass wir uns für YouTube entschieden haben hm ach sie ist auch YouTuberin kann man das irgendwie ah Profil ansehen ach vielleicht hätte man das vorher machen sollen ich kann Bilo stimmt ja du startest eine Aufnahme und vergisst dich selbst coole Begrüßung sieht nur keiner warum wir sind doch noch müde du hast eine perfekte Hintergrund Ebene ernster Kommentar auch nicht du redest über ein super spannendes Thema ja dann natürlich professionell und wir haben keine Punkte mehr müssen wir jetzt die Zeit durchlaufen lassen okay wir werden das ganze jetzt so machen wir gehen jetzt nach Hause und gehen mal ausgeschlafen ins Kino wo konnte man denn gehen hier war eine Tür glaube ich denn ich kann mir vorstellen dass das Video keiner sehen möchte und jetzt müsste doch die ging jetzt nicht die Zeit los ja was passiert wenn man jetzt die Minute wartet gehen dann alle Leute raus okay man könnte dann immer keinen Smalltalk führen dann reden wir nochmal über Leute das hat schon ganz gut gepasst können ja so ein bisschen Smalltalk führen ihr seht hier 14 Punkte damit macht's nicht viel Sinn irgendwas zu machen also so Richtung Vlog aber Mode was mit Mode fragt euch jemand mit einem Mode Kanal aber Leute kommt immer gut an so und jetzt haben wir noch einmal können wir glaube ich noch miteinander sprechen bevor die Zeit ja warten wir mal ganz kurz so haben wir jetzt irgendwas davon dass wir bis zum Ende geblieben sind ne anscheinend nicht also kann man auch vorher gehen ja das Video möchte ich verwerfen gucken wir mal an Shot Dog Vlog warum denn das Spiel na gut wir haben nichts mit Ton hier fehlt uns auch noch einiges wir können es ja mal rendern so Veranstaltung ist okay Interesse nicht wirklich vorhanden wir laden es nicht hoch wir verwerfen das jetzt wann wäre denn wieder Kino wir haben jetzt den 30. 1. April Jurassic Park Ticketpreis 12 Dollar funktioniert das denn mit dem Einladen ich drücke gerade auf Plus tut sich nichts Ticket kaufen ok Geld ist weniger geworden so wir haben schon wieder die Bitte eines Freundes Hone 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 Playstation 2 das war das was wir glaube ich nicht haben ok er schickt es uns jetzt wir gehen erstmal schlafen Gitar Hero äh Epik Gitar so geschlafen haben wir die Konsole müsste uns allerdings noch fehlen und zwar genau das hier Konsole kaufen und die kostet 253 Dollar haben wir noch nicht dann kaufen wir uns jetzt erstmal essen weil wir haben keine Sandwiches mehr so jetzt sollten wir ja wir haben jetzt 10 Stück ja wir bleiben sparsam erstmal so 80 Dollar werden uns abgezogen dann haben wir noch 100 da fehlt auf jeden Fall noch einiges bis wir uns das leisten können bestes Video ist immer noch das Preview wie waren jetzt die anderen Videos die danach gekommen sind ja 16.000 Aufrufe zweitbestes Video was danach kommt da machen wir auf jeden Fall jetzt mal eben eine Fortsetzung ich hoffe mal das kriegen wir jetzt hin bevor unser PC wieder eingenommen wird da noch ein Brot hinterher Ups haben wir auch da drin da war glaube ich eine Tomate äh eine Banane und ein Apfel aber gut ist vielleicht nur Deko so wir nehmen jetzt ein Spiel auf und zwar das hier wir machen jetzt Gameplay Teil 2 aber jetzt müssten wir hier was bei der Ausgabe machen können ja das ging nicht weil wir vorher mit dem Handy aufgenommen haben erst der Sieg das war knapp so du startest die Aufnahme tanzende Begrüßung Zusammenfassung des Spiels sarkastischer Kommentar man kann sich ja über seinen eigenen Meinung über sein eigenes über seinen eigenen Skill ein bisschen lustig machen jeder sollte über sich selber lachen können du hast eine einfache Aufgabe bewältigt wir haben jetzt sogar schon 6 Sachen das sind nicht immer nur 5 Popmenü du lust dir euer Kommentar wegen der Statistik episches Spiel da fangen wir mal an zu singen ich glaube das wird ein richtig gutes Video eine Zusammenfassung des Spiels wird angezeigt ja das ist doch ein entspannter Abspann ja das kann ich mir vorstellen wird ein richtig gutes Video zack das passt perfekt ineinander das ist das Ende da brauchen wir einen der beiden das ist egal welches der beiden wir jetzt nehmen wir kriegen immer nur oder egal welches wir nehmen wir kriegen immer nur einen ne so ist gut weil wir die beiden haben ne das müsste jetzt so das beste sein 27 von 15 ja dann ne Video Qualität brauchen wir diesmal nicht Rendern 23 Stunden ist natürlich nicht ohne gut das Spiel hat ein bisschen abgenommen wir haben ein richtig gutes Ergebnis auch überall ein neues Level erreicht das wird auf jeden Fall hochgeladen das müsste jetzt sein dass wir unsere Miete ah wir haben das Event ja das wollte ich ja noch machen 19 Punkte haben wir damit kriegen wir glaube ich mehr einen als beim letzten Mal das Video ist abgeschlossen lädt jetzt hoch während in der Zeit wo wir nicht da sind das ist auch gut so wir gehen jetzt erstmal erstmal geht es zur Presse und 9200 Abonnenten finde ich ist noch nicht mal so wenig also das finde ich ist schon ganz gut so wie war das jetzt ich habe auf mich geklickt und Vlog aufnehmen und vergiss dich selbst ja wir machen eine winkende Begrüßung ne wir machen eine coole Begrüßung ok war wohl nicht gut die Batterie in der Kamera ist leer ja geil da können wir doch mal kurz ernst werden du sagst dass du der beste YouTuber auf der Welt bist ja wir haben noch 12 Punkte da können wir auch ruhig mal da weiß ich noch nicht wie das alles so ist du hast eine perfekte Hintergrund Ebene kurz und knackig jetzt haben wir nämlich noch 6 Punkte bringt uns gar nichts ok du weißt nicht was du sagen sollst geben wir mal einen Ratschlag raus an alle anderen YouTuber weil wir ja gerade gesagt haben wir sind der beste auf der Welt ist anscheinend auch nichts da machen wir mal einen Abspann na gut wenigstens der gut können wir jetzt auch direkt nach Hause gehen ich wollte eigentlich nur für den Vlog hier nicht für den Film ne da ist keine Tür dann gehen wir mal raus also wir gehen jetzt in den Drossal und gehen direkt wieder raus aber das mache ich jetzt noch mit euch wir werden jetzt unseren ersten Vlog aufnehmen und hochladen einmal hinsetzen bitte ich glaube das hat sich gerade auch schon und los geht's ab nach Hause ne Video ist noch nicht hochgeladen ok der hat nicht weitergeladen was könnten wir jetzt wir könnten nochmal arbeiten gehen aber ja machen wir doch nochmal Eventbegleiter dann sollte das Video auf jeden Fall hochgeladen sein der war ich komme auf jeden Fall ich kann mir so schon Namen schwer merken aber ich glaube der war vorhin auch schon bei uns aber da weiß ich den Namen nicht mehr gut ich bin jetzt auf jeden Fall müde das ist ja beim Video erstellen egal ich bin mal gespannt was er möchte nein ok ich komme gerade von der Arbeit bin Hundemüde und möchte nicht ins Kino weil ich gerade im Kino war geil nur Daumen ich glaube das hatte ich auch noch nicht oder das war noch nie so wir machen jetzt das Video wir haben zwar ein bisschen Hunger aber ja hier können wir nichts erinnern Vlog der erste Vlog einfach mal gucken was jetzt dabei rum kommt ja gut Videoschnitt ist gut aber der Rest nicht und so haben wir wenigstens bis auf den Ton es ist jetzt wir haben keinen Ton gemacht werden wir sehen gut Interesse ist nicht da Ergebnis ist trotzdem bei 250 ungefähr und auch das laden wir einfach mal hoch einfach nur mal jeder hat ja mal klein angefangen ja gut dann berichte doch von der Professionalität meinerseits wir könnten jetzt noch mal was essen so 10.000 Abonnenten haben wir erreicht wir haben ordentlich dazu bekommen ja Preview ist natürlich sehr gut wir haben uns 22 Dollar 146 Dollar durch YouTube verdient ich dachte man könnte vielleicht auch hier irgendwie mit den Leuten zusammenarbeiten 22, 16, 13 ja hier hatten wir 4 Zuschauer gut aber jeder fängt klein an aber das ist also dass man von 4 4 das ist glaube ich realistisch dann 1.000, 2.000 und hier haben wir natürlich dann irgendwie mal weniger zufriedengestellt ja mittlerweile sind die Aufrufe ganz ok fast 1.000 oder ungefähr 1.000 Abonnenten pro 10.000 Aufrufen ist auch nicht verkehrt was haben wir denn noch hier so ach Rang auf YouTube ok sind ja noch nicht mal so viele dafür dass wir jetzt als nächste Stufe 50.000 haben und 245 ne andersrum 254.000 Abonnenten Rang 1 bedeutet ok dauert aber noch ein bisschen bis wir Rang 50 haben aber ich glaube dann hat man es oder dann hat man einiges erreicht ja monatliche Ziele 20.000 Aufrufe ja gut wir brauchen überall die Luxuswohnung das ist das Problem 20.000 könnten wir sogar fast haben und auch müssten wir wenn wir das Video wir haben jetzt ein Video hochgeladen und das macht schon 13.000 Aufrufe Schutz vor Copyright Verstößen ja gut haben wir uns noch mal am Ende jetzt ein bisschen was angeguckt das heißt allerdings wir brauchen unsere wir brauchen die Wohnung das wäre ja das 2-Zimmer-Lopfer und das wäre noch nicht mehr die Luxuswohnung was steht denn jetzt hier bei den 50.000 Abonnenten naja gut ich weiß nicht ob das mit dem Umziehen zusammenhängt vielleicht brauchen wir war das hier beim durchschnittlichen Einkommen ja vielleicht müsste das höher sein als die Kosten die wir da sind damit wir das machen dürfen oder es liegt wirklich an den 50.000 Abonnenten aber das sehen wir in einer weiteren Folge ich glaube da ist ja einer gerne bei Ebay unterwegs ja gut ich bedanke mich fürs Zuschauen wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt oder so gerne in die Kommentare ich spiele auch mit dem Gedanken ob ich nicht mal ein paar Videos hier aufnehme also in-game aufnehme damit wir einfach weiter kommen oder ihr sagt wir wollen den Weg gemeinsam bestreiten schreibt das einfach unter das Video und ich werde dann drauf eingehen ich wünsche euch noch einen schönen Rest Tag ich weiß noch nicht wann ich genau das hochlade auf jeden Fall danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal Ciao